Desinfizieren Sie sich die Hände und berücksichtigen Sie dabei die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit. Anschließend ziehen Sie unsterile Einmalhandschuhe an. Und entfernen dann langsam den alten Verband. Lösen Sie die Halteplatte und schieben Sie sie nach oben, um die Schlitzkompresse zu entfernen. Entsorgen Sie den alten Verband und die benutzten Einmalhandschuhe. Führen Sie eine sorgfältige Inspektion der Wunde durch und achten dabei auf Entzündungszeichen. Bei einer längeren liegenden Peck sollte die Wunde trocken und reizlos sein. Nach einer erneuten Händedesinfektion ziehen Sie neue Einmalhandschuhe an. Bitte beachten Sie, dass in den ersten 7-10 Tagen nach Einlage der Pecksonde der tägliche Verbandswechsel mit sterilen Einmalhandschuhen erfolgen soll. Wenn, wie bei dem Behandelten in diesem Video, die Wundverhältnisse im Anschluss reizlos sind, wird der Verband alle 2-3 Tage gewechselt und dabei werden unsterile Einmalhandschuhe verwendet. Sprühen Sie das Stoma und die Haut um das Stoma mit Hautdesinfektionsmittel ein und reinigen Sie die Einstichstelle mithilfe einer sterilen Kompresse von innen nach außen. Zuletzt reinigen Sie mit einer weiteren Kompresse den Sondenschlauch und die Halteplatte. Prüfen Sie die Lage der inneren Halteplatte, indem Sie den Sondenschlauch unter einer Drehung von 360 Grad 2-3 cm in das Stoma hineinschieben und wieder zurückziehen. So können Sie dazu beitragen, dass das Anwachsen des Sondenschlauches an die Magenwand vermieden wird. Fixieren Sie dann den Sondenschlauch in der ursprünglichen Lage und sprühen Sie zuletzt das ganze Wundareal mit dem Hautdesinfektionsmittel ein und beachten Sie die vom Hersteller angegebene Einwerkzeit. Während das Desinfektionsmittel einzieht, entsorgen Sie die Einmalhandschuhe und desinfizieren Sie sich im Anschluss die Hände. Anschließend ziehen Sie unsterile Einmalhandschuhe an. Nun packen Sie das Peck-Verbandswechselset aus. Achten Sie darauf, dass das Wundareal trocken ist, bevor Sie den neuen Verband anlegen. Legen Sie eine Schlitzkompresse zwischen die Haut und die Halteplatte, damit sich keine feuchte Kammer bilden kann und die Haut vor Maceration geschützt wird. Dann schieben Sie die Halteplatte zurück und fixieren diese so, dass sie etwa einen halben Zentimeter von der Bauchwand entfernt ist. So entsteht keine Spannung und die Atmung wird nicht eingeschränkt. Decken Sie die Halteplatte mit einer Kompresse ab, um die Sonde vor Klebstoffkontamination zu schützen. Nun schließen Sie den Wundverband mit einem 10x10 cm Stretchpflaster ab. Untertitelung des ZDF-